CTR TV Sondersendung live von Activision Mein Name ist Chick Gizzard Lips Und ich bin Stu Wir schnallen uns an und geben Gas hier bei CTR TV Rennfans Stu, die Fahrer da draußen brauchen Infos Legt den Gurt an, Fuß aufs Pedal und haltet euch fest, denn wir erzählen euch jetzt alles über den Grand Prix Ein Grand Prix ist ein Super-Event, bei dem die Teilnehmer ihr Können in spannenden Herausforderungen beweisen Wow, auf sowas fahre ich voll ab Ich bin ja selbst eine Herausforderung Haha, du hast recht Stu Also Fahrer, nach jeder der Herausforderungen erhaltet ihr Nitro für die Nitro-Anzeige Mehr Ziellinien gleich mehr Nitro, das bedeutet mehr Belohnungen Absolut Stu Und bei jedem Grand Prix gibt's mehr Herausforderungen und Preise Es gibt neue Fahrer, neue Karts und so viele Anpassungsoptionen Haha, mich juckt es von lauter Aufregung in den Federn, Chick Mir geht es ganz genauso Stu Und zusätzlich zu den irren Belohnungen im Grand Prix findet ihr noch mehr so einmalige Objekte am Boxenstopp Hab ich noch was ausgelassen Stu? Laut dem Skript, das ich vorlesen soll, gibt's bei jedem Grand Prix eine neue Strecke Hast du das vielleicht gemeint, Chick? Ganz genau Stu, ja, so ist die Lage, ich kann mich kaum noch beherrschen Haha, das wird so einmalig Schlagt die Flügel, tretet das Gas durch und holt euch ordentlich Nitro